Heute haben wir den 13. Dezember 2010. Bis heute um 0 Uhr war es möglich, bei meinem Amazon-Twitter-Gewinnspiel teilzunehmen. Auf meiner Webseite tilo-hänsel.de Und es haben 25 Leute mitgespielt, 25 Teilnehmer. Jedem Teilnehmer habe ich eine Teilnehmernummer zugeteilt. In der chronologischen Reihenfolge, wie die Leute teilgenommen haben. Und nun kommen wir auch schon zur Auslosung des Gewinners. Dafür verwende ich die Seite random.org. Hier kann ich einfach eine Zahl generieren lassen von 1 bis 25. Und das Ganze geht dann über diese Webseite. Per Zufallsgenerator wird eine Zahl gezogen. Und diese ist dann der Gewinner meines Gewinnspiels. Und dafür klicke ich jetzt ganz einfach hier auf Generate. Und gewonnen hat die Nummer 4. Das ist SFDJ Blue. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu dem 5 Euro Amazon-Gutschein. Wer verwirkt sich dahinter? SFDJ Blue. Herzlichen Glückwunsch Stefan Förster. Tut mir leid mit den anderen 24 Teilnehmern. Leider kann nur einer gewinnen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem meine Follower. Und ich würde mich freuen. Schaut doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Gebt immer mal wieder neue Beiträge. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.